So, und weiter geht's. Wir haben uns, glaube ich, beim Tempel getrennt, oder? Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast. Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Ich bin ein Hexe. Ich kann mich teleportieren. Auf zum Tempelhof. Oder so. Tempelhof. Ja, klar. Ha! Uneinnehmbar! Von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack. Meldung! Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknüpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir's mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt so unbewahrt. Eier Verhör. An die Arbeit, Hauptmann! Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät, ich hab auch einen Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigener Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz wie sie mal beneiden. Die Rebellen werden Kinderbaronen nicht anrühren. Vielleicht sollten wir auf Rorschwarten. Ich find das erst so besser. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Vielleicht kriegt Rorsch was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Okay. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Dann benutze ich einfach Quinn. Ich gehe. Ich zähle. Ich hoffe, du sprichst das so richtig aus. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Wo sind die Äxten? Tempo, ihr Arschnasen. Wo muss ich hin? Find deinen Weg in den Tempel. Ah. Okay. Wo ist denn? Okay. Was ist denn Tristen? Hast du die Teutung? Oder so? Was gibt's da unten noch? Ich bin hier nicht so ein Level-Abo oder so. Hab zwei Talente. Okay. Schwertkampf, Schemme gesperrt, Alchemie. Okay, gehen wir in die Höchstausbildung. Können wir euch das machen? Ich brauche zuerst das, ne? Energie außerhalb des Kampfes. Bis 15%. Enter. Level-Up. Ich hätte gern mehr Energie. Okay. Ich glaube, wir müssen halt erstmal mit den Typen jetzt reden. Mit dem da, auf der Karte da. Oh, Götter, Hilfe! Oh. Hey. Ist da nicht... Was habt ihr mit dir gemacht? Maul halten. Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Gold und Silber auf den Tisch. Und Schnauze halten. Das nehmen wir alles mit. Alles wird mitgenommen. Ist da nicht behindert? Hilfe! Was ist da nicht behindert? Achsel. Pass mal auf. Das funktioniert mal nicht. Art. Komm, ich brauche eine Energie. Ja, klasse. Achsel, lieber mal mit den Regen. Okay, hier kann ich jetzt auswählen zum ersten Mal. Ähm, was nehmen wir? Oh Gott, das ist... Wo habe ich meine Anleitung? Ich weiß nicht, was war es. Was ist? Was ist... Ich mach das. Ihr verschwindet sofort. Das habe ich schon gesagt. Oh ja, Herr. Ach, das war das Akzeptzeichen. Los, Herr, wir danken dir. Danke. Okay, okay, okay. Hilfe hat ihr einen Preis. Komm, yeah. Nein, ich bin der Gute. Seid vorsichtig. Ich bin der Gute. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich bin doch immer der Gute. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Ich bin der Gute. Linglinglinglingling. um um kann ich wenigstens ausrauben oder das war schön wieninging sieh der Weg in den Tempel gehen wir doch mal rein nur durchsuchen nehmen wir alles mit was bringt mir das jetzt hier drin bin ich hier drin verschlossen da ist was durchsuchen durchsuchen gelbs Meteoriten weißt du es nicht so richtig was ich hier tun soll dann bin ich einfach wieder raus glaub auch nicht dass ich hier richtig bin oder ist hier hinten durch ne kann ich hier drüberspringen ne das macht die Sache kompliziert das tut du okay was gibt es für Probleme du solltest dich hier nicht rumtragen das ist mir die die abgeben ab zu wissen Niemann zu jetzt durchkämpfen hier ist Artgegenverfahren ok doch nicht aber zuerst hier Kräuter immer schön Kräuter ich röchte sind dich Kräuter Kräuter danke Zeit hier war was steh doch was steigt den Brunnen hinunter ach so Jo bo 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 auf Dundemseinte ne 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 das kann ich mir nicht hingehen das tut mir leid da muss ich hin da muss ich hin das kann ich mir nicht hingehen lassen hallo wer haben wir denn hier wenn wir nichts an Axel verwenden wenn wir gleich mal aussehen oh Gott wööö Bounce 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 am sie sein ha ha ja wohl Axel ist geil Haken, ist auch okay. Dann habe ich hier noch jemand gerettet. Bitteschön. So, den kann ich hier mitnehmen. Ja, das muss mitgenommen werden. Befehle des Soldaten. Oh ne. Ich habe gerade keinen Bock darauf. Äh, alles. Befehle für die Soldaten. Eins nochmal. Hallo. Da geht's rein. Ah, das zeigt doch einmal, wo ich rein kann. Das ist alles, was ich da empfinde. Okay. Naja. Äh, ich glaube, da geht's doch in den Grund. Oder? Ja, mal jetzt laufen. Hände. Ah. Ah. Ah, hier war mein Karte. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ui, 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 ui. Ich hoffe, die Soldaten geben mir keine Befehle. Die Karte nehmen wir mit. Kann ich hier sonst noch was mitnehmen? Das kann ich mitnehmen. Sonst noch was? Nö, 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 nö. Okay, dann ab in den Grund, würde ich sagen. Ui, eh. Ja, von wo kamen wir denn her? Unterhalten will ich mich ja nicht. Kann ich hier noch irgendwo rein? In beide Türen sogar. Ah, es tut sich wahrscheinlich eh nicht. Hier kann ich plötzlich in alle Türen rein. Machen wir aber nicht. Wir gehen gleich in den Grund. Soll ich hier irgendwas Wichtiges übersehen haben, ist halt so. Kann man nichts gegen tun. Wir gehen in den Grund. Das war einfach. Huch! Okay. Da wurde ich hingekordert oder was? Okay, Köst nicht erfüllt. Oh, verdammt. Okay, sprechen wir erstmal. Ja klar, Köst nicht erfüllt. Erst bespeichern. Klingt logisch. Was haben wir hier? Hier brauchen wir, glaube ich, Art. Ah, vielleicht doch nicht. Was haben wir hier so? Der geht zwar halt da runter. Jetzt gehen wir da runter. Runter ist doch mal gut. Hallo, wer bist denn du? Ist das ein Leichenfässer? Oh Gott. Ein Ertrunkener. Wow! Er hat eure Mutter nicht geborgt? Er hat irgendwie. Alter. Und! Müsst es zu verstehen. Mir werde ich geheilt. 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 Schlossen. Flucht. Volltsammen. Volltsammen ist immer wichtig. jetzt habe ich Angst hier ich werde wahrscheinlich viel zu viel übersehen das wird wenn ich das wichtigste dabei habe ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch Hallo Hallo 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 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 6 6 5 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 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6